Jo Leute was geht und damit herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Infovideo und zwar zuerst einmal wollte ich in dem Video ansprechen, dass wir jetzt einen Community-Test haben und der hat jetzt auch über 100 Slots, das heißt wir haben jetzt auch mal endlich genug Platz, da können Clans auch hier im Support-Channel einen Channel beantragen und ja, bitte gebt nur den Support-Channel, wenn ihr auch wirklich was wissen wollt, was mit dem Test zu tun hat, weil wir keine Lust haben, die ganzen irgendwelchen Bewerbungen unter so rum zu diskutieren dazu. haben wir einfach keine Zeit und ja, dann wollte ich noch ganz kurz ansprechen, dass uns freuen würde, wenn ein paar Leute von euch auf unsere Klampage gehen, der Link ist auch in der Beschreibung und hier einfach, bei mir steht da jetzt Unfollow, naja, hier auf Fanwerden klicken, warum auch immer ich das jetzt gerade machen konnte und ja, das war's eigentlich schon, haut rein.